Was ist die einzelnen Namen? Die einzelnen Namen sind wahrscheinlich nicht unbedingt so bekannt im europäischen Kontext. Ich war erstens positiv überrascht über das Niveau insgesamt von der polnischen Liga. Das sieht sowieso sehr ordentlich aus, was da für Basketball gespielt wird. Und dann auch von dem Niveau von Lodzowek selbst. Und dann sieht man halt auch in einem sehr stabilen Spiel, was sie haben. Und ein sehr gut strukturiertes Spiel, die individuellen Qualitäten, die die einzelnen Spieler dann doch haben. Sie haben zwei amerikanische Point Guards mit Thompson und jetzt neu dazugekommen seit paar Spielen Thomas, der ihnen sehr hilft, weil sie jetzt halt wirklich eine richtige Zwei-Guard-Situation haben. Sie haben eine sehr ordentliche Rotation am Brett. Das ist Miller, sehr beweglich, kann ein bisschen werfen, aber vor allem durch seine Schnelligkeit und seinen Pick-and-Roll gefährlich. Dann, ähnlich wie wir, ein serbischen Power-Forward, Jovanovic. Wird sicherlich ein sehr interessantes Duell gegen unseren Tadic. Weil eine ähnliche Spielanlage, hoffentlich auf unserer Seite mehr Talent, aber sicherlich sehr interessant im 1 gegen 1 zu beobachten. Und dann Hicks, der jetzt gerade gestern ein sehr sehr gutes Spiel gespielt hat für sie. Der so ein Undersized Big Man ist, wie man es nennt. Kräftig, beweglich, schnell, auch definitiv genug Talent, uns weh zu tun. Und dann zum Beispiel, wahrscheinlich gänzlich für die meisten ein unbekannter Shooting-Guard, Pluta, auch schon 36, Experience, wie man nennt. Aber gerade offensiv sieht man ihm seinen Alter nicht an. Sehr schnell, extrem wurfgefährlich. Also alles in allem, wie gesagt, ein sehr interessantes Gutschuk, die Ritz-Team mit interessanten, gefährlichen Einzelspielern. Also ich würde im Moment sagen, dass die BBL deutlich wilder ist, als zum Beispiel die polnische Liga, wie sie sich dargeboten hat in den 4-5 Spielen, die ich jetzt gesehen habe. Und ja, also eher würde ich dann vergleichen die Mannschaft vielleicht so wie Trier im Moment spielt, sehr strukturiert, wie Bamberg spielt von der Struktur her und von der Genauigkeit wie Frankfurt spielt. Also es ist so, dass wir sicherlich an so einem Spielstil gewohnt sind dagegen zu spielen, gerade auf europäischem Niveau. Ja, und die Mannschaft weit davon entfernt irgendwie wild zu sein. Und gerade beim Heimspiel sollte die das auch schützen, lange im Spiel zu sein. Insofern wird es ein schwieriges Ding für uns, dann hoffentlich zum Ende des Spiels hin vielleicht zu zeigen, dass wir die tiefere und dann hoffentlich auch qualitativ bessere Mannschaft sind. Grundsätzlich ist ja unser Wunsch, dass wir es möglichst schaffen, die meisten Gegner mit unserem Spielstil zu dominieren und unser Spiel durchzudrücken. Aber es ist richtig, dass gerade die BBL wirklich eine sehr anspruchsvolle Liga ist, sich immer wieder umstellen zu müssen. Europäisch dafür, zumindest was die Erfahrung der letzten Jahre sagt, es tatsächlich oftmals ein bisschen einfacher ist, weil bei den besseren Teams dann tatsächlich einfach deutlich mehr Plan und mehr Geduld hinter den einzelnen Angriffen steckt. Und da ist dann wieder unsere Verteidigungskonzeption halt eigentlich sehr wirksam. Meistens, weil wir ja sehr gründlich Systeme vorbereiten und eher verbundbar sind, wenn Mannschaften anfangen, uns eins gegen eins zu attackieren. Die werden auch die BBL-Spiele gesehen haben und werden sicherlich auch versuchen, da anzusetzen. Insofern vielleicht gehen die auch ein bisschen früher aus ihren Strukturen raus und versuchen, unsere vermeintlichen Schwachpunkte zu attackieren. Das müssen wir dann während des Spiels natürlich möglichst schnell erfassen und dann auffangen. Außerdem beim Strukturen aus sweats Alanis